Soll der rechte Ellbogen am Körper sein beim Golfschwung? Eine sehr, sehr interessante Frage, die sich viele Hobbygolfer stellen. Und ich möchte jetzt in diesem Video ganz genau sprechen, wie das mit dem rechten Ellbogen so ist. Es ist nämlich relativ einfach. Der Ellbogen hat ja nicht viele Funktionen. Er kann eigentlich nur beugen und strecken. Und damit können wir jetzt ganz genau und sehr simpel erklären, was im Golfschwung zu tun ist. Aber es geht nicht nur um die Beugung und Streckung, sondern es geht auch darum, wie weit ist er vom Körper entfernt. Und jetzt möchte ich das mal ganz kurz durchgehen. Und zwar im Setup, wenn du stehst hier, ist es ganz typisch, dass der Ellbogen leicht gebeugt ist. Viele Torspieler haben ja circa 15, 20 Grad Beugung im Ellbogen. Ein bisschen nach Stil verschieden. Aber es ist eine leichte Beugung da. Und man versucht auch nicht wirklich, die Ellbogen jetzt im Setup schon dicht am Körper zu haben. Man lässt die Arme im Prinzip frei runterhängen, mehr oder weniger. Und es ist vielleicht ein minimaler leichter Körperkontakt mit den Ellbogen zum Körper. Aber es ist nicht ein bewusstes Arretieren der Ellbogen am Körper. Im Setup jetzt zumindest einmal. Als nächstes kommen wir in den frühen Aufschwung. Und zwar hier wirst du sehen, dass der rechte Ellbogen sich bereits ein wenig vom Körper wegbewegt hat. Und er hat auch begonnen, ein bisschen mehr zu beugen. Wenn man jetzt weiter schwingt, ungefähr hierher, dann ist jetzt für mich der Punkt angelangt, der die Spreu vom Weizen trennt. Die Profis von den nicht so guten Golfspielern. Und zwar, wenn du bei mir schaust, es ist wirklich ein doch beträchtlicher Abstand zwischen rechten Ellbogen und Körper entstanden. Und was ich nicht getan habe, ist, dass ich jetzt hier am Körper klebe. Man sieht es auch von hier. Das ist eine Position, die du nicht wünschst. Du wirst hier einen Radius haben. Du wirst hier schauen, dass der Ellbogen weg ist. Aber in der Phase gibt es noch eine zweite Sache, die unglaublich wichtig ist. Und zwar, es geht darum, wie viel ist der rechte Ellbogen gebeugt. Und wir wissen ja von Messungen, von 3D-Messungen mit den Golfprofis, dass die maximal 90 Grad Beugung haben, Ende Aufschwung. So 70 bis 90 Grad ist komplett normal. Bei den meisten Hobbygolfern ist es so, dass sie weit über die 90 Grad gehen. Oft Richtung 110, 120, 130 Grad. Und dann beginnen wirklich die Probleme. Das heißt, wenn du einen Rückschwung machst, ist für mich eine der doch wichtigsten Sachen, die es gibt, ob du den rechten Ellbogen überbeugt hast oder nicht. Ich habe eigentlich noch nie einen Amateurgolfer gesehen, der ihn zugestreckt hat. Aber mag es vielleicht geben. Aber du bist ungefähr 70 bis 90 Grad hier am Arm. Und dann siehst du, da passt der linke Arm dann auch hübsch dazu. Der ist dann auch einigermaßen gestreckt. Nicht komisch gestreckt, aber einigermaßen gestreckt. Und ich habe auch hier einen Abstand zum Körper. Ich brauche übrigens auch diesen Abstand, weil im Golfschwung ist es ja so, dass die Hände sicher zum Heben beginnen im Golfschwung. Wenn ich jetzt mich drehe und die Hände hebe, komme ich automatisch ja mehr vom Körper jetzt hier weg. Würdest du jetzt versuchen, die Hände oder den Ellbogen am Körper zu lassen, dann wird der Rückschwung viel zu flach. Und du wirst große Probleme haben im Rückschwung, dass du wieder auf eine brauchbare Ebene kommst, dass du den Ball sauber triffst. So, wie geht es noch weiter mit dem rechten Ellbogen? Kommen wir in den Übergang. Wenn hier der Übergang ist, wo dann das Becken schon beginnt nach links zu ziehen, das Becken beginnt zu drehen, ist es normal, dass nochmal ganz kurz der Winkel ein bisschen enger wird. Ja, sagen wir es eigentlich zu drei bis fünf Grad. Du willst nicht nochmal kolibieren. Es wird ein bisschen enger. Aber jetzt kommt es. Viele glauben, dass man jetzt eng hinunterziehen muss beim frühen Abschwung. Und das ist etwas, was wir bei den meisten Golfprofis überhaupt nicht sehen. Und zwar, was die meisten machen, ist, dass sie hier im frühen Abschwung bereits von diesen, sagen wir einfach 90 Grad, einfach jetzt einmal 10, 15, 20 Grad sehr früh hergeben. Du willst hier nicht alles wegschmeißen sofort, aber du willst auf keinen Fall enger werden. Und du wirst dir das so einteilen, dass hier in der frühen Phase, wie gesagt, 20 Grad, 15, 20, vielleicht sogar 25 Grad weggehen. Aber du brauchst dann noch genug Ellbogenbeugung für den Treffmoment, weil es ist sehr, sehr typisch, dass die Golfprofis ungefähr 20, 25 Grad Ellbogenbeugung noch im Treffmoment haben. Das heißt, das ist etwas, was Hobbygolfer von Profigolfern massiv unterscheidet in meinen Augen. Wenn ein Hobbygolfer schwingt, sieht man sehr häufig, dass die hier beginnen, meistens zu eng zu bleiben und dann aggressiv alles wegzuschmeißen. Oder man sieht es genau umgekehrt. Man sieht sie zu früh zu viel wegschmeißen, also damit meine ich den Ellbogenwinkel. Und dann Richtung Treffmoment beginnen dann die Chicken Wings, den Schläger wieder zum Körper zu ziehen und dann beginnen die Tops und die schlechten Schläger. Warum erzähle ich dir das Ganze? Das erzähle ich dir deswegen, weil oft ist es so, dass man ein Bild braucht, wie eine Bewegung im Golf überhaupt zu sein hat. Ja, es ist schwierig, das zu kontrollieren im Schwung, wo der Ellbogen ist, wie der Ellbogen ist. Aber wenn man sich einmal hinstellt vor einem Spiegel oder jetzt hier in der Corona-Zeit, wie ich es sage, im Garten, dann kann man sich ab und zu hier ein bisschen spielen und schauen, wie ist denn mein rechter Ellbogen hier? Ist er weg vom Körper? Habe ich den Arm ein bisschen gehoben hier? Okay, wie viel Grad sind das? Okay, jetzt beginne ich mit Abschwung. Wie viel Grad habe ich hier ungefähr hergegeben? Ich möchte nicht zu viel machen. Ich möchte nicht zu wenig machen. Deswegen, ich möchte es mir einteilen, dass ich im Treffmoment noch ca. 20 Grad habe oder ein paar Grad habe, damit ich dann für den Treffmoment hier gut weiterstrecken kann. Weil das ist ein Indiz von einem Tourspieler, von einem guten Spieler, der den Ball sehr gut trifft, dass er, wenn er den Ellbogen gebeugt hat in der Treffmomentzone, in Richtung hier, also Richtung Ende des Schlages gestreckt hat. Nicht komplett gestreckt, aber er ist in einem Streckungsprozess. Und das macht sehr viel, ja, das erzeugt sehr viel Kraft, das erzeugt sehr viel Konstanz, eine stabile Schlagfläche und das zeige ich dir jetzt mal vor. Ich wünsche dir viel Spaß beim Trainieren. Und wenn du ein weiteres interessantes Video sehen willst, dann bitte schau dir dieses an. Das ist über die Hüftdrehung im Golfsprung und das kann man auch super trainieren zu Hause. Also, bis dann. Tschüss!